Diese Ecke, der Berg heißt Bukit Selong. Das hier, wo wir jetzt stehen, heißt Bukit Selong. Ja, das ist, wir stehen auf Bukit Selong jetzt. Das hier ist Bukit Selong. Das ist Brgasingan. Brgasingan. Da kann man auch schon Camping machen oben auf dem Berg. Camping? Ja, Camping. Das heißt, man macht die Wanderung, läuft hoch, ja, dann hat man, wenn man da oben genau an der Spitze dort Camping macht, ja, dann hat man ja den beiden Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, den Blick, ja. Das ist die Wanderung. Das ist die Wanderung. Das ist die Bukit Selong. Vielen Dank.